Wow, das ist echt verrückt. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir hatten reserviert auf den Namen von Lars. Herr Nowak, Hanna Nowak. Ein Doppelzimmer? Ja. Können Sie dies bitte mit Ihrem Namen und Unterschrift ausführen? Was wollen wir eigentlich zuerst machen? Türkisches Bad oder Ganzkörperpeeling? Zimmer 411. Dankeschön. Oder besser noch, wir checken erst mal, ob das Bett groß genug ist. Ah, und ich trage dich auch über die Zimmerschwelle. So viele Leute denn? Natürlich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wenn ist Hotel Caracalla? Guten Tag, Jones hier. Ich hatte für heute reserviert. Ich komme jetzt leider etwas später los als geplant und wollte Sie bitten, meinen Shiatsu-Termin zu verschieben. Wie war Dein Name bitte? Jones. Sylvia Jones.